Ich habe keine Einleitung für diese Folge. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Ninja Fisch kommt hinterher. Chaka! Ninja Fisch! Ninja Fisch ist gleich geowned hier. Ninja Fisch hat kurz einen Luftgang hatte. Eindeutig Black. Ja, nicht nur du. Ich glaube... Das wird uns flaxen. Ich gehe jetzt hier Pilze bestäuben. Pilzbaum. Pilzfeld, Pilzdorf, Andaluschen. So, guck, wir hatten andere die Arbeit machen. Huch, aua. Das soll ich da mal kurz arbeiten. Schönen gemacht, Kollege. Hör doch auf ihn zu schlagen, er hat dir nichts getan. Alter. Ups. Ninja Fisch, Power! Boah! Scheiße. Mit sowas bin ich unterwegs, ey. Oh, fucking geil. Ach, da ist eine Truhe. Mit einem Amboss drin, ne? Ja, die habe ich gerade leergewarnt. Ich nehme mal die Truhe mit. Okay. Ja, was können wir euch Spannendes erzählen? Das ist Montag. Das ist Burger King Time. Aber du hattest mal doch irgendwas erzählt, wegen Burger King ist so viel. Genau, Burger King Time. Wir hatten gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, die wir abbrechen mussten, da mein Server sich verabschiedet hat. Und, ähm, ja, Tanus wusste noch nichts von dem letzten Burger King Skandal und war dort erst letztens essen. Oh, ein bisschen. Also, wenn Tanus zum nächsten Mal nicht mehr dabei ist, wisst ihr Bescheid, ne? Was gibt's denn zu erzählen? Es lag mal wieder ganz gut. Ich glaube, wir müssen uns zwar definitiv was anderes einfallen lassen, sonst geht's doch nicht weiter her. Hier sind lustige Pilzmännchen. Ja, das sind mir zu viel. Die lass ich mal in Ruhe. Wir tun ja noch nicht mal was. Ich komm doch nicht hoch, Alter. Ich will unbedingt... Sei halt, die lass ich mal in Ruhe. Au! Ich brauch unbedingt, unbedingt wieder diesen verkackten Double Jump. Ganz ehrlich. Das gibt mir so auf den Sack, ne? Welchen Sack? Den, ähm, Fischsack. Dachchen! Steuereintreiber! Das Gold war schon... Die Pixel waren schon reserviert. Ups! Dass du da bist, Ninja-Fisch, äh, bin ich schon fällig. Ninja-Power! Ja, klar. Du kannst da Steuerberater spielen. Steuereintreiber so. Wehren sie sich nicht! Und sie auch nicht! Wir wollen nur ihr Bestes! Verstehen Sie das nicht? So nebenbei, kurz erwähnt, falls ich es nicht doch schon hatte, manchmal erwähne ich Sachen doppelt, kommt vor. Äh... Wir haben uns schon mal, äh, Platin... Platten... Plat... Plat... Wie war das mit... Lassen in Ruhe? Aber, 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 aber... Äh... Er hat mir wehgetan. Er hat mir gestern nicht mit Pausen geklärt. Da ist Nebel hier. Ja. Blup. Oh mein Gott, ich bin nass geworden! Neut, ich werde schmelzen! Ja, mach mal den Weg. Dieser Planet ist so scheiße gebaut! Spiel mal Volks- und Dreifelsbanken. Wir machen den Weg frei. Komm, machen wir mal den Weg frei. Äh, ich komme hier nicht hoch, Alter. Bam! Zack! Ich kippe in die Fresse. Hui! Hui! Ich komme nicht gerade... Wuh! Ich kippe mich! Huch! Na ja, so geht's auch. Oh, ich sollte gleich mal was essen! Ja... Ach, schon wieder ein Pilzstuhl. Ich will aber keinen Pilzstuhl. Decker Fleisch! Äh, Oot. Oot. Wird ja vegetarische Fische. Vegetarische Fische, ist klar. Ja, Mann! Du kannst gerne einen Vegetarier machen. Ein Vegifisch. Ich bin gesund, ja? Wenn man mich isst, nimmt man keine Kalorie zu süß. Ich könnte langsam mal ein Bett gebrauchen. Was machst du denn? Na, ich hab ein bisschen Aua gekriegt. Ist gut, dass du neu... Neuerdings kannst du durch die Tür angreifen, ist auch neu. La 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 la... Das ist mir echt neu, dass man durch die Tür angreifen kann. Ich meinte, die hätten es mal... Es ging mal, und ich meinte, die hätten es dann weggepatcht, um jetzt schon wieder dort zu sein. Und, Pedro, no! Ha, ha, ha! Au! Nein! Wo bin ich? Äh, im Dunkeln? Ich bin im Wasser gelallt. Das hat mich voll den Arsch gerettet. Der kriegst du lieb? Im Dunkeln und dort ist gut munkeln. Oh ja, mit Monstern. Hallo! Hier bin ich! Alter! Deswegen, ich hasse es, dass ich keinen Doublejump habe. Ich kann kotzen. Wirklich. So, machst du das fein. Was ist das so? Nicht töten! Du darfst auch wachen. Ich kann keinen mit der Hacke anreißen. Oh, dann hier. Was haben wir denn hier schönes? Wir brauchen immer den besseren Wachen, ey. Oh, der hat nichts. Der hat nix. Nein. Die hätte nischt. Die Sau hätte nischt wohl. Er wird nicht... wird inifs. Ich kann keinen hoffen werden. Mach du mal. Mach du mal da. Was ist das denn hier? Ein Stripey Ginotroy. Keine Ahnung, ich lass das auch da drin, da ist ja ein großer Pilzkopf aus Mario. Servus. Die Pilze fäll' ich jetzt nicht, weil die geben nur Pilzen und keiner braucht Pilzen. Ein Mushroom Chair. Ein Pilzstuhl. Wow. So. Ich guck die Nase die ganze Zeit, das geht mir voll auf den Senkel gerade. Die Pilze zu fällen lohnt sich auch nicht so wirklich, finde ich. Meine Maus hat gerade einen extremen Zieh an rechts die ganze Zeit, ey. Richtig hart. So, heute Marco Starbund echt gar nicht. Wie gesagt, bei der Nase die ganze Zeit eintan. Ich guck sie gleich ab, ganz ehrlich! Was ich auch immer genial finde an Starbund ist, es interessiert keinen, dass du denen das Haus leer räumst. Es interessiert die nicht! Geh weg! Ich fahrs nicht! Er wars! Da hast du hier irgendwas abgeerntet? Ja. Was dagegen? Ich habe das festgestellt. Ich habe das ekelhafte Bedürfnis zu niesen. Das ist gerade irgendwie voll uncool. Ich versuche es natürlich nicht, aber es ist cool. Ordentlich auf die Scheibe genießt. Da muss die Scheibe kleben. Ordentlich auf den Monitor gekrotzt. Ey, meine Maus zieht gerade... Jetzt warte doch mal auf Ninja-Fisch. Nein, solange du nicht in meiner Nähe bist, lag das nicht so. Ah, jetzt bin ich dran. Entschuldigt, ist klar. Ja. Der Schmerz ist einfach zu groß. Ich kann auch übelst zu ziehen nach rechts mit der Maus. Das klingt aus dem Fall, das Bruder. Kannst du mal bitte die Viecher da töten, statt die Witze zu bringen? So. Wie hockt immer noch die Nase, Alter. Das gibt es aus dem Sack. Ich hacke sie ab. Schlipp, schnapp die Nase ab. Dann viel Spaß. Gratulation. Ja, danke. Ja, mauer mich ein. Du Held. Ja. Der Held vom Nixi-Klo. Mauer die mich ein, ey. Stein und Stein, mauer ich dich ein. Oh, Stein! Yeah! Habt ihr es gerade gehört? Die will mich umbringen. Die will mich lebendig einmauern. Ich möchte es dir nur gemütlich machen. Aua. Ey, ich konnte nicht hoch. Was? Eher Nebel. An einer Stelle. Im ganzen Spiel. Und dafür habe ich den Heilungs-Ding gekriegt. Er sind viele. Der für mich zwar nicht notwendig war, aber ich habe ihn mal genommen. Und die Frau wartet nicht mal. Nein, leider nicht. Doch, ich warte. Im Nebel. Ich warte im Nebel auf dich. Ja, im Nebel. Seh auch was im Nebel, Alter. Kein Nebelfisch. Kein Nebelfisch. Kein Nebelfisch. Das ist so, ähm... Was heißen die Laternenfische? Die Dinger da mit dem Lämmchen auf dem Kopf? Ja... Ne, Anglerfisch. Anglerfisch, ja. Und ihre Feinde anlocken. Mit diesem Licht. Oh Gott, ich sehe das Licht. Mit gewissen bin ich gut. In der Nemo. Wow, ich habe gerade irgendwie... Die Lämmchen sind schon wieder echt fettastrophal. Ja, ich habe auch echt keine Ahnung. Also ein Singleplayer mit ZW-Offscreen auf dem Server ist alles sogar kein Problem. Aber sobald... Ich glaube einfach, äh... Für Starbound braucht man ein anderes Aufnahmeprogramm. Das mit Traps geht gar nichts. Äh... Frame ist einfach wahrscheinlich nicht gut genug dafür. Ich... Huch, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Tut mir ja leid, Mensch. Keine Absicht. Ne, das würde ich jetzt auch sagen. Wirklich? Fisch! Ja, ja. Jetzt würde ich jeweils was mit Absicht tun. Eta! Oh, Zuckerrohr. Sugarplant. Sugar? I need some sugar for my tea, please. Hat er mich gerade Noob genannt? Nee, Huam-Nab. Eta! Ja, so weit entfernt ist das nicht von... Eta! Ich zeichne mich da... Ich zeichne der Typ doch fast als Napp. Eta, der will aufs Maul. Nenja Fisch wird aggro. Nenja Fisch hat ja schon wieder zu viele Burritos, ne? Eta. Jetzt hab ich mal auf die Uhr geguckt. Wir stellen uns in den Timer, wir sind immer solche Helden. Du, ich schätze das immer nur. Ich hab das im... Ich hab das im kleinen Zeh. Ja, haken wir doch alles weg, was ich haken will. Ah, 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 haken? Hast du einen kleinen Sprachfeger? Äh, ne, eigentlich nicht, aber grad jetzt momentan und die so ein bisschen abgehakt. Ich, ich pass mit dem... dem Spiel an. Ich pass mit dem... ja, das hat man gehört. Ich pass mit dem Spiel an. So, wer von euch ist der Wachenhändler? Du... Nein... Das ist zu langsam... Boah, die haben doch nichts Gutes da, ne? Dude Kicker! Dude Kicker! Dude Kicker! Dude... Bei was macht meine hier eigentlich 10? Die macht 12. Was ist das? Uhhhhhhhhh... Pfff... Für Mittelerde! Wuuuuh! Alter... Scheiße... Für Mittelerde, aber sonst ist alles okay. Für Mittelerde! Tür zu! Und dann schaff links! Das ist ein Insider! Den musst du nicht... Du hast vergessen, Erbel Kirke links abzubiegen, oder wie? Äh... ja! So ein... wer weiß... Wer jetzt weiß, aus woher das ist dieser Spruch, der hebe die Hand! Gut, dass er das nie mal sehen wird! Ah, geil! 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 Weil... weißt du denn aus... woher der Spruch kommt? LOL! Jetzt komm zum Punkt! Hier ist ein behinderter Affe! Alter! Hier ist ne fucking behinderter Affe! Und ähm... ich hab Blumen entdeckt! Die neuen Blumenkästen, die sie vor ner Weile mal gepatcht haben! Die ich mir unbedingt klauen möchte, aber dafür muss ich vorher den behinderten Affen töten! Weil der nämlich angreift, die doofe Sau! Alter, einfach behinderte töten, ne? Das ist der Hammer! Guck mal, da unten ist ne Säure... Was sind das da unten? Nee, gar nicht, wenn du die Blumen... Alter! Du Idiot! Das heißt ja Idiot, Alter! Das hat man gesehen! Nein, ich hab da nicht drauf geachtet! Ich war auf den Blumen fixiert, du! Hampelmann! Alter! Jetzt wird's dunkel wegen dir! Jetzt wird's dunkel wegen dir! Ja! Alter, jetzt müssen wir hier... jetzt müssen wir hier nicht liegen! Was ist das denn? Was ist das? Ein Open-Fungal-Pot! Das sieht aus wie drei... Das sieht aus wie so ein dreidimensionales Schlitten aus! Das ey, das sieht aus wie auch da unten, da muss ich nochmal rein, ey! Warum? Was ist denn da noch? Das ist ne Truhe! Ach! Krank! Ich will mich bis schnell heilen! Mit der ich hier abkacke! Was war drin? Ja, ein bisschen Zeug, äh, ein bisschen Mineralien eigentlich eher... Ach so, nice! Also, eine Reihe in Erze! Eigentlich ne geile Hütte, ne? Besser auf die... Giftlache da unten! Ja, die kann abschreckend sein, würd ich sagen! Ja, quatsch! Die kommen sind nur auf den Schmoren! Oh, ich nenne jetzt eigentlich die hier, ja! Die hast du vorhin abgebaut, hast du dir den Weg runtergebuddelt, hasht! Hasht! Hashtag! Jetzt hätt ich fast... jetzt hätt ich fast das Spiel ausgemacht! Könnt man eigentlich mal... hast du... du hast kein Bett mitgenommen, oder? Nee, ich hab auch kein Crafting Table! Da oben sind Lampen! Ja, lass die noch hängen, sonst sehen wir nichts! Warte mal, ich guck mal, kann ich ein Crafting Table machen? Wieso kann ich... ich hab keine Wundenplags? Dann muss ich mir Wundenplags machen, oder? Zack! Dann mach mal ein Crafting Table, dann stell ich dir den Crafting Table... Jetzt stell ich dir da hin, oder kannst du dir ein Bett craften? Ich komm mir grad vor wie so einer Scheune... für ein Pferd... Ja... Ich kann kein Bett craften... Warum nicht? Weil ich schon wieder keine Wundenplags habe... Warum mach ich nie Wundenplags, Alter? Keine Ahnung! Das ist deine Schuld, das ist nie Wundenplags! Ey, ihr könnt doch mal ein Komplettfenster abbauen! So, das hättest du mir eher in die Mitte hinstellen müssen, weil wir sagen können... Operationstisch, go! Hier! Geh ins Bett! Du bist schon spät, geh schlafen! Da gibt's doch in den Laboren, gibt's doch ab und zu solche, äh... solche Operationstische mit Kreissäger und sowas dran befestigt! Das wär hier jetzt so richtig so schön mitten zwischen die zwei Lampen hingestellt! Voll genial! Alter, ganz ehrlich! Das ist jetzt grad wohl die geilste Horror-Kulisse ever! Ich muss das mal grad screenen, das wird unser Subnail! So! Wieso? Kommt gleich von unten das Quark-Monster, äh das Sumpf-Monster! Das ist das Quark-Monster vor allem! Das Quark! Nein, aber du musst doch... Guck, jetzt müssen wir noch angelegenen... Käse mit Quark! Käse mit Quark-Monster! Ein Quäse-Monster! Du bist so witzig! Nein, aber guck mal, wir sind in einer verlassenen Hütte! Irgendwo und nirgendwo, tot ist eine Säurelache und dieses Nebel und ein Gewitter! Und nur schummriges Licht! Alter, du bist so... Ups! Warte, warte! Jetzt, ey, die Stärken, ganz ehrlich! Hier, Trennlinie! Die konnte ich mir nicht nehmen lassen! Der war zu... du standst zu gut! Bitte! Kannst du auch nicht hinstellen! Weil es in der Luft stetig hält! Ich bring dich um, lass das jetzt, ganz ehrlich! Ich hole Slenderman! Und... Kabumm! Das schwimmt ein Pilz in der Suppe, Sir! Ja! Jetzt kannst du die Bombe mal loslassen! Wuuuuh! Ähöh! Ähöhöhöhöh! Die sprengt mich hier in die Luft, ey! Ich versuch sie jedenfalls, ne? Oh... Oh, es kam meine... Pfff! Okay, genug gespielt, gehen wir weiter. Alter, mach die Tür auf! Auf die Viecher mit Schneebellen abzuwerfen, Alter! Waaah! Manchmal springt die einfach nicht! Blussau! Wow, der ist böse! Der beißt! Nicht so weit vor, ich hab keine Taschenlampe. Wieso hast du keine Taschenlampe? Waaah! Dammit! Hilfe! Ich sterbe! Ich wünsche dir viel Spaß! Alter! Geh weg! Alter! Aber es hackt hier! Verheh, du hast keine Taschenlampe! Hab ich auch nicht! Au! Ich seh absolut nix, ey! Mach doch mal ein bisschen Licht! Er ist so fucking dunkel hier! Ach so! Alter! Alter! Expedition Anus oder was? Das ist genauso dunkel! Da scheint nie die Sonne hin! Da kommen die nächsten Monster! Alter! Knoblauch 10 greifen an! Der neue Horrorfilm! Auf DG5! Angriff der Kinderknoblauch 10! Auf DG5! 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 Nein! Ich bin ein Fisch und ertrinke! Was ist denn das hier? Alter! Bam! So. Schon wieder angreifende Knoblauchzehen. Bam! Jetzt bin ich tot. Eine Gedenkminute. Ohm. Nur wenn du so faul, feige und fantastisch gesehen bist, ne? Ich hab mich eingemischt. Ja, du hast Licht gemacht. Ich hab jetzt am Ende sogar mitgehauen, aber du bist ja reingesprungen in die freiwillig. Ja. Ich mach die Dinge, die du nicht machst. So. Wieso denn? Warte hier ein bisschen sortieren. Ähm, das ist... Das war der falsche Knopf. So. Wurfst du wieder runter auf den Planeten oder was machst du jetzt? Hä? Ich sortiere gerade ein und dann, äh, ist es glaube ich auch schon Zeit, Goodbye zu sagen. Hm. Ne. Stimmt nicht so. Doch, definitiv. Außerdem. Habe ich jetzt keine Lust, den ganzen Planeten noch mit zu wohnen, bis ich dich erreicht habe. Na gut, ich komm auch mal hoch. Von daher, sagen wir Tschüss zum nächsten Mal, ob's dann nicht mehr so nacky ist, weil das nervt ganz schön. Ja, das werden wir uns bei der nächsten Runde sehen. Daher Tschüss. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.